Jenny, wie hast du deine Leidenschaft zum Turnen entdeckt? Also meine Mama hat mich früher zum Turnen gebracht und ich fand das so toll, dass ich dann ja jetzt immer noch mache. Alles klar. Deine Mutter und auch deine Großmutter waren früher Turnerinnen. Hast du auch für sie mit dem Turnen angefangen? Eigentlich nicht so. Also sie haben mich halt dazu gebracht und geguckt, ob ich es mag, aber ich fand es halt so toll. War für dich von Anfang an klar, dass du auch in den Spitzensport möchtest? Ja, also mein Trainer hat entdeckt, dass ich so ein Talent habe und dann hat er mich halt immer weiter gefördert und dann fand ich es halt so toll, dass er dann halt auch immer weiter höher wollte. Du hast ja schon einiges erreicht. Was sind deine Ziele für die Zukunft? Ja, also bei den Deutschen nächstes Jahr tourne ich auch mit Elisabeth Seitz und so zusammen und da dann halt erstmal gut abzuschneiden und dann weitergucken. Und wie oft trainierst du so die Woche? Ja, manchmal trainier ich auch morgens. Das ist mittwochs und donnerstags. Ja, und dann so zusammen manchmal elfmal. Das ist ja eine ganze Menge. Hast du dich nochmal speziell auf die Gymnastics vorbereitet? Ja, also ich war eine Zeit lang etwas verletzt und jetzt habe ich wieder richtig angefangen. Und wie genau hast du dich vorbereitet? Ja, ich habe halt viele Übungen immer geturnt, immer alles versucht sicherzustehen. Bist du besonders aufgeregt jetzt bei den Gymnastics mitzutoren vor Hamburger Publikum? Ja, weil das sind ja eigentlich immer recht viele und ich kenne ja auch manche davon und dann ist es echt spannend auch immer. Was bedeuten die Gymnastics für dich? Was bedeutet das für dich? Ja, da kommen ja auch Teams aus den anderen Ländern, mal zu gucken, wo Hamburg mal so steht und so und wo man auch selber zu den anderen steht. Du hast ja sicher für die jüngeren Turnerinnen eine Art Vorbildfunktion. Wer war denn früher so dein Vorbild? Vanessa Ferrari, Sean Johnson und Astia Lukey. Und sind es immer noch die gleichen oder hast du mittlerweile andere? Eigentlich immer noch Sean Johnson und Astia Lukey. Alles klar, wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Glück für die Gymnastics und du machst das auf jeden Fall. Dankeschön.